Jetzt gehts los liebe Kinder, alles normal. Habt ihr ja eigentlich schon mal meinen Präsent gesehen, habe ich schon mal gesehen, was ich heute wieder für einen Stanley habe, für einen Harry Dean Stanley nur return. Zeig mal meinen Stick Präsent, aber was ist passiert hier? Jetzt was ist los? Präsent ihn mir mal hier. Was für ein dicker Stick. Was sollen wir hier überhaupt? Ich weiß nicht. Du bist doch die neue Kollegin, das habe ich aber gerne, du bist richtig fit. Step, another turn. Was für ein geiles Stück Scheiße. Mann, was sollen wir hier? Ja, wir sollen hier auf dem Weihnachtsmarkt ein bisschen aufpassen, wegen dem ganzen, ich weiß was du meinst. Da musst du mich aber hier nicht so anmachen. Komm doch mal ein bisschen down, eine kleine Spalte machen. Also wir sollen jetzt hier aufpassen, dass alles normal ist. Ja, da bauen die auch nur schon auf. Und da kommt übrigens der Nikolaus. Ich hatte ja gestern was im Zuhause. Du kleine Spalte, Alter. Man soll so eine kleine Maid wie dich mal richtig schön durchbimsen. Das hast du nicht anders erholt. Lass mich in Ruhe. Oh nein, da kommt der Nikolaus. Ich habe gar keinen Bock auf den. Nikolaus, ja klar bei dir. Alles normal, wie geht es euch? Ist richtig was los hier? Ja, also pass auf. Wir haben richtig schön neben einen reingeschossen. Was hast du gemacht? Wir haben einen schönen Punch reingesorfen. Aber ich verändere meine Color auf nur Return with the Insects. Kann ja wohl nicht wahr sein. Oh, ganz ehrlich, muss ich mal was questionen? Ich muss hier doch mal kurz was questionen. Sag mal, Nikolaus. Ah, wie wär's? Du kleiner Wichser, ich seh's ja doch an. Ich seh's ja doch an. Du willst die kleine Spalte mal richtig schön durchbimsen, ne? Das mach mal schön, das mach mal schön. Ich muss den Kindern jetzt erstmal wieder ein paar Präsenz in ihre scheiß Schuhe decken. Bumst das Stück Scheiße durch. Das war's. Alles normal. Ja, alles klar. Die Hand. Komm her, du kleine Sache. Was machen wir hier passiert? Wir können auch mit dir ein Sandwich machen. Halt's mal. Das ist wohl das allerletzte mit dir. Da musst du mal sehen, wie's läuft. Ich will das, kannst du... Frohe Weihnachten doch. Was denkst du eigentlich, wer du bist? Ich will das.